Alnatura. Dein Experte für gesunden, natürlichen Schlaf. Seit 40 Jahren. Und da dein Schlaf, Alnatura, wirklich am Herzen liegt, schenken sie dir nicht nur Bett am Strand, sondern ab sofort auch 10% auf deinen gesamten Einkauf. Tu dir was Gutes mit dem Code STRAND. Alnatura. Natürlich mit 2L. Schlaf gut. Träum was Schönes. Das waren die Worte meines Vaters. Auch er hatte seine Mühe mit dem Einschlafen. Doch wenn er schlief, dann träumte er vom Reisen. Ich erzähle hier von diesen Reisen. So wie es war und so wie es hätte sein können. Ich blinzle mit verklebten Augen in die Morgensonne. Sie fällt schräg durch ein großes Fenster ein, durch das ich auf eine Weide blicke, auf der eine Herde Pferde grast. Einen Moment lang bin ich noch im Halbschlaf und völlig orientierungslos. Dann fällt es mir wie Schuppen von den Augen. Natürlich. Ich bin gestern am späten Abend von einer langen Reise durch den Nordwesten Guatemalas und den halben südmexikanischen Bundesstaat Chiapas auf der Rancho Evergreen angekommen und nur noch ins Bett gefallen. Natürlich nicht, ohne noch mit Manolo und Natalia, den alten Freunden meines Vaters, die ich hier besuche, einen Willkommensausritt für den nächsten Tag zu vereinbaren. Und dieser Tag ist heute. Es fiel mir selten so leicht, das Bett zu verlassen. Als ich das Wohnzimmer der Familie betrete, kann ich meinen Augen und meiner Nase kaum trauen. Mir schlägt der geliebte Geruch von frischem Kaffee entgegen. Er mischt sich mit dem Duft des selbstgebackenen Brotes, das meine Gastgeberin Natalia in diesem Moment mit einem Lächeln und einem Buenos Dias auf den letzten freien Platz des Tisches stellt. »Caffecito?« »Sí, por favor.« Natalia gießt mir eine dampfende Tasse Kaffee ein und überlässt mir den Stuhl mit der besten Sicht auf die Glasfront. Der massive Holztisch mit Baumkante ist bedeckt von kleinen, unterschiedlich gemusterten Keramikschalen, die allem Anschein nach die Töchter selbst getöpfert und liebevoll glasiert haben. Darin befinden sich allerlei Köstlichkeiten, die alle aus dem Garten der Familie stammen, wie mir Natalia erklärt. Avocado-Hälften und kleine Tomaten liegen wie eine appetitliche Ampel direkt neben meinem Teller. Er wird umringt von diversen frischen Kräutern in einem Glas, einer Karaffe mit frisch gepresstem Orangensaft, schwarzen Bohnen, Rührei und natürlich dem Stapel aus Mais-Tortillas, der in Chiapas nicht fehlen darf. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Ich lasse meinen Blick vom Tisch aus dem Fenster schweifen. Draußen spielen die Hunde, gackern die Hühner, weiden die Pferde. Die pure Idylle. Während ich normalerweise morgens am liebsten meine Ruhe habe, genieße ich es heute in vollen Zügen in Gesellschaft zu frühstücken. Die Familie macht es mir leicht. Sie gibt mir das Gefühl, als wären wir alte Vertraute. Nach dem Frühstück ziehen Manolo und ich uns reittaugliche Klamotten an und packen unseren Proviant in Satteltaschen. Dann spazieren wir über das Gelände der Rancho, das sich in der angenehmen warmen Spätmorgensonne in üppigem Wiesengrün vor uns ausbreitet. Und das im Januar. Das Klima hier im Hochland von Chiapas auf Spanisch Los Altos de Chiapas ist ganzjährig mild und keinem sonderlichen Wechsel der Jahreszeiten ausgesetzt. Und heute herrscht das perfekte Wetter für einen langen Tagesritt. Und meine Vorfreude wird in meinem Innern spürbar wie die berühmten Schmetterlinge im Bauch von Verliebten. Als wir die Koppel der Stuten erreichen, genügt ein Schnalzen von Manolo, um die ganze Herde auf uns zutraben zu lassen. Es ist ein beeindruckender und berührender Anblick, wie sich die Pferde vollkommen freiwillig zu ihm gesellen wollen. Kein Hauch von Unterwerfung liegt darin, geschweige denn Zwang, wie ich ihn aus den deutschen Reitstellen meiner Kindheit kenne, in denen ich mich stets unwohl fühlte. Manolo weist mir kein Pferd zu. Stattdessen bleiben wir in Ruhe auf der Koppel stehen und ich kann mir Zeit nehmen, um mich mit den Pferden vertraut zu machen. Ich bleibe ganz ruhig stehen und warte darauf, dass die Tiere auch zu mir freiwillig kommen. Eine weiße Stute ist besonders zugewandt und neugierig. Sie tritt zu mir und beschnaubt meine Stiefeletten, dann meine Beine, die in einer lockeren Stoffhose stecken, bis ihre Nüstern direkt vor meinem Gesicht angekommen sind. Vorsichtig puste ich Luft in ihre Nüstern. Sie schnaubt zurück. Das ist sozusagen die Art, wie ein Pferd ein Freundschaftsangebot ausspricht. Erst jetzt berühre ich vorsichtig ihren Hals. Ich spüre die starken Muskeln unter dem weichen Fell. Manolo tritt lächelnd auf uns zu. Das ist Duquesa. Sie hat ein Fohlen ausgetragen und ist seitdem nicht geritten worden. Sie ist eine ganz hervorragende Mutter, aber eigentlich liebt sie es, draußen unterwegs zu sein. Offensichtlich mag sie dich. Du kannst gern mit ihr ausreiten, aber du musst überlegen, ob du dir das zutraust. Sie wird viel Energie haben. Ich zögere nur einen kurzen Augenblick. Dann nicke ich und lege Duquesa ein Halfter um. Ich spüre jetzt schon eine Bindung zu dieser Stute und ein tiefes Vertrauen. Und das scheint mir das Wichtigste zu sein, um mich beim Ausritt sicher zu fühlen. Neben der Weide der Stuten ist die Weide, auf der Manolos Hengst Fehlern steht. Ein wunderschönes, braunes Tier, unter dessen glänzendem Fell die Muskeln spielen, als er auf uns zutrabt. Manolo begrüßt Fehlern und legt ihm zu meiner Überraschung kein Halfter um, sondern öffnet einfach das Tor. Der prächtige Hengst folgt ihm ganz von alleine zum Vorplatz, wo wir die Pferde putzen und satteln wollen. Es ist ein beeindruckender Anblick für mich, wie das kräftige Tier ganz freiwillig hinter dem Mann herläuft. Die letzte Anspannung fällt von mir ab. Wer eine solche zwanglose Bindung zu seinen Pferden aufbauen kann, weiß ganz offensichtlich, was er tut. Nachdem wir die Pferde ausführlich geputzt haben, reiten wir mit sehr reduziertem Zaumzeug und nur einem Lammfellpad los. Während mich Duquesas sanfter Schritt hin- und herwiegen lässt, kann ich meinen Blick noch mal über das Gelände der Ranch schweifen lassen. Das bescheidene Holzhaus, in dem wir vorhin so idyllisch frühstückten, liegt wirklich atemberaubend. Der Garten, der sich rund um das Häuschen erstreckt, ist gesprengkelt von zarten Wildblumen. Zitronengelbe Stauden und mayablaue Blüten umsäumen die Gemüsebeete. Dahinter bilden die moosgrünen Hügelketten des Hochlands eine Hintergrundkulisse wie in einem Ölgemälde. Ich kann es kaum erwarten, den Blick von dort oben über die Landschaft zu genießen. Wir reiten einen schmalen Pfad neben dem Haus entlang und geraten auf die Schotterpiste, dem einzigen Weg, der aus dem letzten Dorf zu Rancho führt. Die Hunde der Familie schlagen an, dann rennen sie uns hinterher. Manolo lacht über meinen fragenden Blick. Keine Sorge, das sind Rancho-Hunde. Die kommen so lange mit, wie sie lustig sind und drehen um, wenn sie merken, dass es ihnen zu weit von zu Hause weggeht. Rechts neben uns erstreckt sich die Weide, auf der die Kühe der Familie friedlich grasen. Ich kann den Zaun am anderen Ende nicht ausmachen, so groß ist sie. Beim Vorbeireiten bewundere ich die beeindruckenden Hörner des Bullen, die sicherlich faustdick über den Augen gerade aus dem Schädel wachsen. Das kleine Kalb, das uns vom Zaun aus skeptisch beobachtet, hat noch flauschiges, nahezu gelocktes Fell. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie es innerhalb weniger Monate zu einem vor Muskelkraft strotzenden, schwarzglänzenden Bullen heranwachsen soll. Manolo reitet etwas versetzt vor mir. Er trägt einen Hut und pfeift leiser eine Melodie, die sich mit dem Zirpen der Insekten, dem Vogelzwitschern und dem Rauschen der leichten Brise zum perfekten Soundtrack meines Gefühls verbindet. Eine tiefe Ruhe ist in mir eingekehrt. Meine Gedanken wiegen sich im Rhythmus des Schaukelns unter mir hin und her, kommen und gehen. Ich habe kein Bedürfnis, sie festzuhalten oder zu Ende zu denken. Ich kann einfach sein. Im Moment. Dass Manolo und ich uns nicht unterhalten, ist in keinster Weise unangenehm. Ganz im Gegenteil. Ich fühle mich ihm im Schweigen sehr verbunden und spüre mit einer überzeugten Bestimmtheit, dass auch Manolo das Schweigende nebeneinander her genießt. Ich denke an das Konzept des parallelen Spiels. Kinder, die nebeneinander her dasselbe spielen. Mit dem Älterwerden wird das immer weniger, denke ich. Und vielleicht fehlt es uns allen, einfach miteinander zu sein, ohne sich zum Austausch gezwungen zu sehen. Die Schotterpiste ist zu einem schmalen Pfad geworden, der sich nun mit leichter Steigung den ersten Hang hinaufwindet. Das hohe, trockene Gras ist durchzogen von verschiedensten Pflanzen, für die ich keinen Namen habe. Ich verliere mich in Tagträumen, wie es wäre, wenn ich jedes dieser Kräuter nicht nur benennen könnte, sondern auch zu gebrauchen wüßte. Wie ich jeden Tag in die Morgendämmerung hineinreiten würde, um in den Hochwäldern der Region nach Kräutern zu suchen, aus denen ich dann medizinische Tees zubereiten würde. Wir beginnen zu traben, als die Dichte der Bäume um uns herum zunimmt. Dukeschas Gang ist so geschmeidig, so anmutig und angenehm, dass ich mich nicht aufs Reiten konzentrieren muss. Es fühlt sich so natürlich und selbstverständlich an wie ein Spaziergang. Ich kann mich ganz auf die Umgebung konzentrieren. Der Duft ist atemberaubend. Ich würde ihn am liebsten in ein Flacon füllen und als Parfum benutzen. Der Waldgeruch hier hat Nuancen von Citrus und Torf, die sich mit der vorrangigen, harzigen Note mischen, aber auch etwas Florales, Moos und Kork liegen in der Luft. Ich bewundere die verschiedenen Bäume, die mittlerweile so dicht nebeneinander stehen, dass ich die Hunde aus dem Blick verliere. Sie tauchen ab ins Unterholz und tauchen wieder auf, wie es ihnen beliebt. Manolo würdigt sie keines Blickes, er vertraut ihnen komplett. Ich meine zu wissen, dass es vorrangig Pinien sind, die uns umgeben, aber ich kannte diese Arten bisher nicht. Der Pfad wird so eng, dass wir uns immer wieder vor Ästen wegducken müssen. Dann wird er schlagartig breiter. Duquesas Gang wird schneller. Sie beginnt vorfreudig zu schnauben. Ich ahne schon, was Manolo gleich sagen wird, der sich grinsend zu mir umdreht. Galopp? Unbedingt. Ich deute mit meinem rechten Bein nur ganz leicht das Signal zum Galopp an und fast zeitgleich beginnt Duquesa, in den Galopp zu wechseln. Sie ist so schnell, dass mir der Gegenwind Tränen in die Augen treibt. Jetzt erst wird mir wieder bewusst, was für eine geballte Kraft in dem Tier steckt, das mich auf seinem Rücken sitzen lässt. Ich halte sie erst noch etwas zurück, um mich an die Geschwindigkeit und das Gefühl meiner ausgelieferten Abhängigkeit zu gewöhnen. Ihr Gang ist kraftvoll, aber weiterhin unfassbar geschmeidig. Es fällt mir leicht, mich ihren Bewegungen anzupassen, und ich merke, wie sie trotz ihres Bewegungsdrangs in Kontakt mit mir bleibt. Die Hunde haben mittlerweile kehrtgemacht, und wir lassen die Pferde wieder in den Trab fallen. Einige Momente später lichtet sich der Wald schlagartig. Ich kann meinen Augen kaum trauen. Vor uns liegt eine ovale Ausbuchtung. Dahinter fällt der Hang steil ab. Die Hochebene erstreckt sich vor uns. Die bewaldeten Hügelketten liegen in ihren unterschiedlichen Höhengraden friedlich voreinander und sehen von hier oben aus, als könne man sie mit den Fingern durch die Ebene schieben. Der Blick reicht bis an den Horizont, wo die Sonne langsam den Abend ankündigt. Es ist, als hätte die Natur eine Aussichtsplattform in den Wald gezimmert. Absurderweise muss ich im ersten Moment an den König der Löwen denken, an Mufasa, der mit Simba über die Savanne blickt und ihm sagt, das würde eines Tages alles ihm gehören. Nur, dass wir keinerlei Interesse daran haben, über das Land zu herrschen, sondern mit Ehrfurcht seine Anmut und seine Schönheit bewundern. Ich bin tief berührt von dem Anblick. Wir lassen die Pferde ruhen und blicken eine lange Zeit in die Weite. Es ist vollkommen ruhig hier oben. Nur einige Vögel singen im Schutz des Waldes, vor unseren Augen verborgen. Kein Flugzeug am Himmel, keine Landstraße durchbricht die Natur. Es fühlt sich an, als seien wir die einzigen Menschen weit und breit. Der Rückweg im Trab, goldene Stunde. Obwohl wir fast denselben Weg zurücknehmen, hat sich der Wald gänzlich verwandelt. Alle Farben, alle Vogelstimmen sind andere geworden. Die Insekten, die im Gegenlicht aussehen wie tanzende Lichtkugeln. Es ist vollkommen windstill. Auf der Ranch angekommen, wenn man sich der schwere Pferdekopf auf meine Schulter. So bleiben wir im letzten Licht stehen. Das Gefühl einer tiefen Verbundenheit mit allem, was mich umgibt, durchzieht meinen ganzen Körper. Wir essen am Lagerfeuer zu Abend. Essen noch Kartoffeln aus der Glut, als wir eigentlich schon viel zu satt sind. Wir machen es uns mit vollem Bauch in den Hängematten rund um das Feuer gemütlich. Natalya spielt Gitarre. Ihre samtige und klare Stimme passt hervorragend zu den sehnsuchtsvollen Folklore-Liedern, die sie singt. Die Pferde sehen im Vollmond fast magisch aus, wie sie auf den Weiden rund um uns herum grasen, als würden sie niemals etwas anderes tun. Mit dem Knistern des Feuers neben und dem klaren Sternenhimmel über uns habe ich das Gefühl, mein Leben habe sich in Lyrik verwandelt. Die Hängematte schaukelt ganz sacht hin und her. Manolo legt sanft zwei Decken neben mich und sagt leise, dass ich auch genau hier schlafen kann. Es bleibe heute Nacht warm und trocken. Mein Kopf fühlt sich schwer an auf dem gewebten Kissen, das ihn angenehm weich bettet und genau richtig erhöht. Meine Gliedmaßen werden ganz schwer. Ich spüre den Tag in allen Fasern meines Körpers. Ich spüre, ich spüre, wie sich meine Muskeln in Beinen und Armen vollkommen entspannen. Ich ziehe dankbar die Decken über mich und lasse die Eindrücke des Tages nochmal an mir vorbeiziehen. Ich lasse meinen Atem immer ruhiger werden. Meine langsamen, tiefen Atemzüge füllen meinen Körper mit der klaren Nachtluft. Ich atme immer gleichmäßiger ein und aus. Das Feuer knistert und wärmt mich. Natalias Gesang wird immer sanfter, träumerischer. Manolos tiefe Stimme ergänzt sie um ein beruhigendes Summen. Die Decken auf mir sind angenehm schwer und weich. Ich lasse die Erschöpfung wie eine lang ersehnte Umarmung zu. Im Einklang mit mir und der Natur um mich herum gleite ich hinüber in die Traumwelten, die mich erwarten. zum nächsten Mal.